Für Vorarlberg darf ich begrüßen die RTG Dr. Rümmele-Treuhand GmbH. Bitte. Wir freuen uns, wenn Sie mit den Vertretern Ihrer Kanzlei zu uns auf die Bühne kommen, um den Preis entgegenzunehmen. Gratulation. Geschätzte Klientinnen und Klienten, namens der RTG-Gruppe von West nach Ost, von unseren Standorten Dornbirn, Kleinwalsertal und Wien, darf ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Stimme bedanken. Für uns ist es eine Auszeichnung und eine Ehre, dass wir hier sind und diese Prämierung für den Steuerberater des Jahres für Vorarlberg entgegennehmen zu können. Bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder besser umgekehrt noch einmal vielen Dank für das tagtägliche Bemühen, dass wir unsere Leistungen im Sinne unserer Klienten bestmöglich erbringen. Mittlerweile glauben wir, da wir schon zum dritten Mal den Preis entgegennehmen dürfen, glauben wir nicht mehr an einen Zufall, sondern wir glauben, dass wir uns wirklich bemühen, für unsere Klienten das Beste in steuerlichen Belangen zu erreichen.